Kennst du das? Du hast gar keine Zeit, dich um deinen eigenen Körper, um deine eigenen Gesundheitsaspekte zu kümmern, weil du so viel zu tun hast, du hast so viel vor, vielleicht auch was Positives und deswegen ignorierst du verschiedene Symptome, die dir eigentlich sagen, was du zu tun hast oder dass du aufpassen solltest. Mein Name ist Frank Buflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft und ich möchte dir heute verschiedene Symptome mal kürzer erklären und dir sagen, was zu tun ist, wenn die bei dir auftreten sollten. Und deswegen freue ich mich heute, dir dieses Video zu zeigen und zu sagen, okay, gut, was gibt es überhaupt und vielleicht hast du auch noch irgendetwas, wo du immer mal wieder hast, was dich interessiert oder wo du denkst, was könnte das denn für eine Ursache haben. Gut, dann fangen wir jetzt mal an. Es geht zum Ersten, ich weiß nicht, ob du es kennst, Leidzucken. Das ist so, wenn das Auge im Endeffekt immer zuckt und du kannst gar nichts machen. Du kannst gar nichts machen, du hast Leidzucken und das kommt nach irgendwelchen langen Arbeitstagen oder irgendwelchen Dingen zufällig und du kriegst es kaum noch weg. Und mein Tipp ist, wenn das über drei Tage lang anhält, dann ist es was Ernstes, dann musst du zum Augenarzt gehen. Wenn es aber durch Erholung wieder aufhört, oder wenn du, sage ich mal, Magnesium auch zu wenig genommen hast vielleicht und du hast viel Sport gemacht, du hast viel in den Computer geguckt, dann ist es einfach auch eine Reaktion von Überlastung. Also Leidzucken, nur wenn es länger als drei Tage ist, dann bitte zum Arzt. Davor gucken, was könnte es sein, was ist der Auslöser. Dann, häufig sagen die Leute, boah, du hast aber dunkle Augenringe und häufig ist es ja auch, sage ich mal, genetisch bedingt, dass man dunkle Augenringe hat, aber es kann auch eine geringe Sauerstoffversorgung sein. Und warum kann das sein? Vielleicht hast du einen Eisenmangel. Lass dir auf jeden Fall mal das Blut abnehmen, lass dich mal durchchecken. Das ist ein Punkt, wenn du nicht genetisch die dunklen Augenringe hast, worauf du gucken solltest, ist immer die Sauerstoffversorgung des Körpers. Die Sauerstoffversorgung ist bei dunklen Augenringen ganz, ganz wichtig. Genau, dann bleiben wir beim Auge. Du hast so rote Blutflecken in den Augen. Rote Blutflecken oder rote Äderchen. Das wird immer schlimmer und die Leute sprechen sich auch darauf an. Und das kann natürlich einfach Anstrengung sein. Das kann auch Klimaanlage sein, wenn die die Schleimhäute austrocknen. Aber es kann auch ein hoher Blutdruck sein. Also mess einfach mal den Blutdruck. Das ist ein Thema, das häufig vernachlässigt wird. Blutdruck ein Thema bei rot oder laufenden Augen. Es gibt auch coole Augentropfen, die im Endeffekt diese Reizung relativ schnell wieder rausbekommen. Dann hast du weiße Augen wieder. Aber das ist ein Thema. Bluthochdruck könnte die Ursache sein. Dann Tränensäcke geschwollen. Hier auch genetisch meistens. Aber es kann auch eine Entzündung sein. Eine Entzündung, die dann im Endeffekt auch behandlungswürdig sind. Und da musst du immer darauf achten. Wenn das auch noch wehtut gleichzeitig, die Tränensäcke, dann ist das ein Thema, was auf jeden Fall in ärztliche Behandlung gehört. Wichtig ist, dass du deine Augen nicht so sehr reibst, weil das ist Bindegewebe. Und wenn du das so sehr ziehst, dann wird es zu entlastisch und es wird eigentlich mit den Jahren immer schlimmer. Das heißt, Augen reiben so wenig wie möglich bei zu großen Tränensäcken. So, jetzt kommt eine Sache, die ist extrem wichtig. Wenn du gelb in den Augen bist, oder sich die Leute ansprechen, auch die Hautfleisch gelb ist, dann ist etwas wirklich grundsätzlich verkehrt. Also der gelbe Farbstock ist das Bilirubin, das heißt Galle oder Leber ist betroffen und da musst du wirklich zum Arzt. Wenn du gelbliche Haut hast, gelbliche Augen, da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf schnell zum Arzt. Ja, häufig, im Winter ist es häufiger, gibt es auch diese eingerissenen Mundwinkel, Rigaden nennt man das. Und das ist relativ häufig und das kann mehrere Ursachen haben. Es kann ein Eisenmangel sein, es kann ein Vitamin B2 Mangel sein. Es kann aber auch Anzeichen von zu trockener Haut, Diabetes haben. Also eingerissener Mundwinkel hat viele, viele Faktoren, die du auf jeden Fall mal beachten solltest und durchleuchten solltest. Erstens ist Feuchtigkeit drauf, aber zweitens ist es auch so, wie sieht es bei dir aus, bist du wirklich gut. Genärst du dich auch gut, oder hast du alle Supplements. Dann, die aufgedunsenen Augenlider, das kann einfach sein, du stehst morgens auf und hast ein dickes Auge. Die häufigste Sache ist dann meistens ein Gerstenkorn, ja, meistens Gerstenkorn, das kannst du in der Apotheke auch gut therapieren. Aber es gibt natürlich auch weitere Entzündungen. Und da musst du gucken, was ist die Urdache, ist es schmerzhaft, ist es nicht schmerzhaft, pass auf deinen Körper hier auf. Ja, das ist eine Geschichte, die gut therapierbar ist, Gerstenkörner, aber man sollte sie auch gut therapieren. Dann, sogenannte Lichtblitze, kennst du das? Und wenn du das Licht kennst, dann guck mal in ein richtig helles Licht plötzlich und dann siehst du, wenn die Augen zu machst, dass solche Lichtblitze entstehen. Und da gibt es eigentlich zwei Ursachen. Die erste Ursache ist es eine Vorbote von Migräne oder es ist, sage ich mal, eine, ja, sage ich mal, so eine Art Augenmigräne, ja, so eine Augenmigräne. Augenmigräne ist auch relativ häufig, kann mit Kopfschmerzen sein, kann aber auch ohne Kopfschmerzen sein. Und da solltest du dann irgendwann mal auch mal zum Augenarzt gehen und dir das mal checken lassen, ob du wirklich in der Augenmigräne leidest, wenn du das häufiger haben solltest. So Lichtblitze, ja, Lichtblitze sind da das Thema. Augenmigräne gibt es auch, ja. So, dann ständiges Niesen. Ja, ständiges Niesen. Gibt es mehrere Ursachen für ständiges Niesen? Erstens, dass du vielleicht eine Allergie hast oder jetzt neu eine Allergie bekommst. Und da auf jeden Fall so einen Pricktest machen lassen. Es kann aber auch sein, dass du, sage ich mal, nicht mehr so gut abatmest, auch über die Nacht. Deswegen checken, häufiges Niesen ist ein Thema, das auf jeden Fall, wenn es zu häufig ist, einmal zum Arzt gehen solltest. So, dann kennt ja jeder so ein dumpfes Ohr. Man hat meistens, macht man mit einem Wattestäbchen im Ohr rum und hat nicht so ein gutes Gefühl. Und hier ist es ganz wichtig, dock doch nicht selber rum. Wenn das dumpfe Gefühl ist, dann geh zum HNO-Arzt, lass dir mal das Ohr richtig ausspülen, weil die können mit ihrem Gerät sehr, sehr gut ran. Wenn du da zu stark mechanisch versuchst, das Ding zu lockern, sodass du nicht mehr so ein dumpfes Gefühl hast, dann kannst du schnell das Trommelfell verletzen. Deswegen dumpfes Ohr, HNO-Arzt. Dann Mundgeruch, auch trotz guter Zahnhygiene und Mundspülung. Was können die Ursachen sein? Es kann zum einen sein, dass es eine Mandelgeschichte ist. Es kann aber auch vom Magen kommen, wenn du zu viel fettige Sachen isst, dass die Säure hochläuft und dadurch im Endeffekt so Verätzungen entstehen. Es kann wirklich sehr, sehr viel sein, aber ich würde auf jeden Fall auf Mandelentzündung und auf Magen nochmal genauer drauf achten. Das ist eine Geschichte, die auch in das nächste Thema, die Heiserkeit, reingeht. Oft denkt man, man hat seine Stimme zu stark beansprucht und man hat zu viel geschrien. Dann kann man natürlich heiser sein, aber es gibt auch häufig die Möglichkeit, dass man eine Morgenheiserkeit hat. Die Morgenheiserkeit ist meistens dadurch, dass man liegt und die Magensäure so zurückfließt und die Stimmbände angreift. Ein weiterer Punkt kann auch ein Mundsor sein. Das ist so ein Pilz, wenn man viel Zucker isst und das Immunsystem nicht so gut ausgebildet ist, dann ist ein Mundsor, führt zu Heiserkeit. Und so ein ständiges Räuspern ist dann auch die Folge. Das ständige Räuspern kann natürlich auch durch Klimaanlage bedingt sein, kann durch eine Erkältung bedingt sein, die man übergangen hat. Aber so ein ständiges Räuspern kann auch zu einem Tick werden. Das kann auch eine nervale Ursache haben, eine Nervenkrankheit. Und da, wenn das weiter bestehen bleibt, dann würde ich da nochmal genauer und tiefer reingehen. So, dann Gähnen kennt jeder. Oder hast du das schon mal erlebt? Du sitzt in der Bahn oder bist in einer Gruppe und einer geht, gähnt und die anderen gähnen mit. Das hat mit unseren Spiegelneuronen zu tun. Ja, gähnen ist meistens, wenn du alleine bist, darauf zurückzuführen, dass du nicht gut geschlafen hast. Die Sauerstoffversorgung während des Schlafens nicht gut war. Darauf ist gähnen zurückzuführen. Aber es ist auch so, wenn du andere Menschen gähnen siehst, dann fängst du auch an zu gähnen. Zum Glück muss ich das jetzt gerade nicht. So, dann schwitzen ist meistens eine genetische Ursache des Schwitzens. Aber wenn dein Körper gegen irgendwas ankämpft, dann schwitzt er viel leichter, weil er im Endeffekt, das kannst du dir auch so vorstellen, er ist im Abwehrmechanismus. Er muss irgendwas aus deinem Körper rausbekommen. Und dann strengt er sich mehr an als sonst. Und dann schwitzt er automatisch mehr. Und das ist im Endeffekt dann der Fall, wenn dein Sympathikus aktiv ist. Wenn dein Sympathikus aktiv ist. Und der letzte Punkt, den ich heute habe, wenn dich das noch interessiert, ich habe noch ganz viele, aber ich wollte jetzt erstmal nur 16 Punkte bringen. Das ist, wenn du abends im Bett liegst. Wenn du abends im Bett liegst und hast so unruhige Beine, so kribbelige Beine und das geht auch nicht weg. Dann ist es häufig Restless Leg. Und das ist eine Geschichte, die du behandeln musst, die du zu Arzt musst. Ich würde immer mal probieren, mit kalt warm duschen, die Beine zu behandeln. Dann immer tagsüber mal, wenn es durch viel Bewegung passiert, ein bisschen weniger zu machen. Wenn es durch zu wenig Bewegung passiert, ein bisschen mehr sich zu bewegen. Dass du ein bisschen das auf dich adaptierst. Das ist so ein bisschen der Punkt, wo du auf deinen Körper dann achten sollst. Das ist Achtsamkeit, deines Körpers und deiner Gesundheit. Gut, also wenn du noch Fragen hast zu diesem Thema, dann schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören. Mach's gut, dein Frank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.